Musik 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 Die Gründe halt zahlbar, heute. 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 Und jetzt möchte ich aufmerksam machen, dass beim letzten offenen Mikrofon eine Kamera liegen geblieben ist und eine Hülle, die nicht zu der Kamera passt. Dieser Fotoapparat kann hier vorne abgeholt werden. Jetzt freue ich mich, Wolfgang Kübert begrüßen zu können. Wir kennen ihn, den Diplomphysiker von den Ingenieuren 22 auch schon sehr lange. Titel seiner Rede, kein Moos für Murks, Herr Finanzminister. Danke, Wolfgang Kübert.